Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Playlist, diesmal EDV-Grundlagen. Als erstes schauen wir uns an, wie wir ein E-Mail-Konto einrichten. Wie kommt man zu einer eigenen E-Mail-Adresse? Ich habe hier schon mal vier Seiten aufgemacht. gmx, dann web.de, dann von Google, Gmail und von Microsoft Outlook.com. Bei Gmail und Outlook.com, das heißt Outlook.com nicht direkt, weil da braucht man noch einen anderen Dienst. Hier ist es so cloudartig, hier kann man seine Dokumente ähnlich wie bei der Dropbox entsprechend verwalten und sehr viel komfortabler damit umgehen als jetzt zum Beispiel bei Gmail oder web.de. Die haben zwar auch so einen Dokumentenbrowser, aber es ist hier bei Gmail und bei Microsoft doch um einiges nochmal komfortabler. Wir versuchen uns jetzt bei gmx eine E-Mail-Adresse zu holen. Hier sind wir gleich auf der Startseite von Gmx und hier bei Free-Mail, wir wollen ja nichts bezahlen, hier haben wir den Punkt kostenlos registrieren. Wenn wir das hier anklicken, dann haben wir hier entsprechenden Anmeldeassistenten, den muss man entsprechend ausfüllen. Das funktioniert bei den anderen Webseiten genauso. E-Mail kostenlos, das sieht das Ganze dann so aus. Bei Gmail steht hier Konto erstellen, dann kommen wir hier auch zum entsprechenden Eintrag und bei Outlook.com, hier kann man auch sagen, jetzt registrieren. Und dann kommt man zu diesem Anmeldevorgang. Gut, die schließen wir mal alle. Die brauchen wir jetzt mal nicht. Und wir machen das jetzt hier über gmx. Das Geburtstag wollen Sie tatsächlich auch noch wissen. Na gut, braucht ihr nicht das Richtige angeben. So, und hier unten, da kommen wir jetzt endlich zur eigentlichen E-Mail-Adresse. Hier können wir es mal probieren. Also erst einmal der E-Mail-Name. Der sollte bestehen aus Vorname.Nachname. Oft ist dieser Name schon vergeben, weil jede E-Mail-Adresse mit der entsprechenden Domäne ist vielleicht schon vergeben, also kann man hier nochmal mit dem Geburtsdatum probieren. Ich probiere das jetzt mal so. Und dann kann man hier die Verfügbarkeit prüfen. Diese Adresse gibt es also noch. Und hier unten kann ich dann entsprechend gleich mein Passwort eintragen. Hier wird auch gleich geprüft, wie stark dieses Passwort ist. Also man sollte kein einfaches wählen wie 1, 2, 3, 4, 5. Das kann man natürlich sehr leicht herausfinden. Und dann kann jemand anders an die E-Mails rankommen. Das sollte man natürlich vermeiden. Hier auch nicht den Fehler machen, zu sagen, okay, dieses Passwort, das kopiere ich da nach unten rein. Dann kann man nämlich nicht schauen, hat man sich jetzt vertippt, sondern hier wirklich nochmal eingeben. Und in diesem unteren Bereich kann man hier nochmal sagen, alternative E-Mail. Falls man sich nicht mehr an das Passwort erinnert, kann man hier eine andere E-Mail eingeben. Dann bekommt man so einen Rücksetzungslink. Und damit kann man dann sein Passwort wiederherstellen. Hier gibt es auch eine Geheimfrage, Lieblingsfilm. Man muss sich halt dann entsprechend auch daran erinnern, was man hier eingegeben hat. Weil sonst bringt einem das dann nichts, wenn man sein Passwort wiederherstellen will. Und gibt hier alle möglichen Filme ein. Kann sich nicht mehr erinnern, was man damals dann eingegeben hat. So, um die Anmeldung abzuschließen, muss man dieses Bild hier entziffern können. Das ist dann 7BE, wahrscheinlich 6BE. Probieren wir es mal. Hier brauche ich nichts mehr, was ich auswählen möchte. Und dann sage ich mal Stimme zu. Und dann schauen wir mal, ob es geklappt hat. Wunderbar. Es hat geklappt, der Anmeldevorgang. Hier ist jetzt noch ein bisschen Werbung. Hier kann man Hubschrauber gewinnen. 7 Ausgaben vom Spiegel und eine Kreditkarte. Das baue ich jetzt mal nicht. Und sage hier weiter ins Free-Mail-Postfach. So, ich habe auch gleich eine Kundennummer bekommen. Hier ist das E-Mail-Postfach. Die Werbung brauchen wir wieder nicht. Und hier kann ich entsprechend meine E-Mails verwalten. Ich kann auch hier entsprechend neue Ordner anlegen, um meine E-Mails dann entsprechend sortieren zu können. Hier im Adressbuch kann ich auch Adressen entsprechend hinzufügen. Dann muss ich nicht entsprechend noch mir jedes Mal die E-Mail-Adresse anlegen und kann gleich auf den jeweiligen Kontakt klicken und die E-Mail wird dann gleich entsprechend versendet. So, dann probieren wir es mal mit dem Ausloggen. Wunderbar. Und dann nochmal einloggen. Und wenn man hier jetzt die E-Mail-Adresse eingibt, das war Vorname, Nachname. Und 1900 und man muss sie, glaube ich, ganz eingeben. Ich glaube, bei Web.de funktioniert es so, dass man nur den vorderen Teil vor dem Ad-Zeichen eingibt und kann dann mit dem Passwort schon loslegen. Bei Gmx muss man immer die ganze E-Mail-Adresse eingeben. So, ich werde hier gefragt, ob ich mein Passwort hier speichern möchte. Da sage ich mal grundsätzlich immer Nein, weil ich weiß ja nicht, wer sich vielleicht sonst an dem PC hinsetzt. Und hier kann ich mich wieder entsprechend anmelden. Und hier kann ich mich wiederholen.